Also die Stadträtin Gahl ist mit der neuen Stadtregierung zuständig für Frauen und für Gebäudemanagement. Das heißt, sie ist in beiden. Sie steht sozusagen als Stadträtin für die MA34, die für das Gebäudemanagement zuständig ist und die MA57 für Frauen sind. Also insofern ist sie eigentlich prädestiniert dazu, sie eigentlich solidarisch mit dem FZ zu verhalten, aber das tut sie nicht. Dass sie uns empfangen und so nicht auf principalnahmen wie Atom Civilizing für die Bibelärung pode improving die Jahre und kriegungslosigkeit. Lass Schuldigal, komm hier ins Haus! Lass Schuldigal, komm hier ins Haus! Bis zum nächsten Mal. Ich glaube für Sie ist ein Armutszeugnis. Für Sie ist es wirklich ein Armutszeugnis, dass sie sich dem nicht gestellt hat, dass sie nicht rausgekommen ist und dass dann, ich weiß nicht, wie viele Polizisten und Polizistinnen, ich nehme mal an, jetzt 50, das habe ich, 50 Polizisten und Polizistinnen uns jetzt da so raustragen, wenn wir dort sitzen und ein öffentliches Gespräch wollen. Also das FZ ist ein autonom-feministischer öffentlicher Frauenraum in Wien und existiert als Gruppierung seit 78 und als eigenständige Bestandsnehmerin seit 81 im Gebäude Weringer Straße 59. Das Skandalöse daran ist, dass sie einen Mitvertrag wollen mit dem WUG alleine und das FZ als eigenständige Frauenstruktur und eigenständige Bestandsnehmerin dem WUG unterstellt werden sollen. Und wir verstehen das als eine patriarchale Enteignung und auch als eine Form von Zwangsverheiratung und die wir so nicht hinnehmen, weil das politisch ein Skandal ist. Wir wollten ein öffentliches Gespräch mit ihr haben, damit sie Stellungnahme dazu bezieht, was da abläuft und dass wir unsere Kritikpunkte ihr sagen und dass das jetzt nicht so, wie gesagt, im Hinterkammel passiert. Und da war sie einfach zu feig rauszukommen.